Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Montag. Ja, die letzte Handelswoche hat es in sich deutliche Zuwächse. Der Dow wieder über 35.000 Punkten und auch die deutsche Börse konnte sich erholen. Über 15.500 Zähler am Freitag. Wir sehen es, welch fulminante Rally wir da in wenigen Tagen gesehen haben. Ausgangspunkt wieder mal der Bereich um 15.600 Punkte innerhalb von vier Handelstagen. Dass es in dem Tempo nicht weitergehen kann. Ich glaube, das ist mittlerweile jedem klar. Heute Morgen sehen wir die Indikationen bei 15.530 etwa. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier nochmal in den Bereich 15.4, 15.5 zurückgeht. Kurzfristig, wie gesagt, hat sich die Stimmung deutlich verbessert. Das Thema Inflation ist aber weiterhin omnipräsent. Und das wird uns, denke ich mal, noch eine Weile beschäftigen. Viele Experten warnen eben mittlerweile, dass es länger anhalten wird, bis die Inflation wieder auf ein gesundes Maß zurückgeht. Führende Banker haben sich ja dazu geäußert. Das hatten wir schon an dieser Stelle besprochen. Deswegen, auch wenn es jetzt hier sehr positiv ausschaut, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da über die 16.000 gleich rausgehen. Wir sehen es. 67 Zähler schwächer im Vergleich zum Freitag bei 15.516 Punkten. Und das ist natürlich optimal für unseren Inline-Optionsschein, den wir Ihnen empfohlen haben, den wir gekauft haben. SF4 G3H ist die WKN. Nochmal zur Erinnerung, nochmal zusammenfassend. Die beiden Barrieren liegen bei 14.000 und 16.600 Zählern. Das heißt, wenn der DAX bis zum 21. Januar 2022, also das sind drei Monate, innerhalb dieser beiden Barrieren bleibt, dann bekommen wir 10 Euro zurück. Im Vergleich zum Empfehlungskurs sind das über 80% Rendite, die wir mit dem Schein anstreben. Aktuell steht er bei 5,52. Stoppkurs haben wir bewusst jetzt noch keinen gesetzt. Einmal ist es sehr schwierig, bei Inlinern einen geeigneten Stoppkurs zu definieren, weil eben so viele Einflussfaktoren hier einwirken. Wir sind ja ohnehin ständig am Markt, deswegen können wir da auch schnell reagieren und eine entsprechende Mail rausschicken, falls es in die eine oder in die andere Richtung eng werden würde. Die Mitte liegt bei 15.300 Zählern. Da sind wir roundabout in der Nähe. Besser für den Schein ist es, wenn wir oberhalb der Mitte notieren als unterhalb, dann dürfte mit der Zeit der Schein zunehmen. Wir schauen nochmal auf den Chart. Wie gesagt, wir müssen über die 15.600, dann hätten wir hier Luft bis zur 15.800. Im weiteren Verlauf natürlich hier die 16.030. Wie gesagt, kurzfristig sind wir hier in dem Bereich 15.5, kann es auch nochmal auf den Bereich 15.4, meine ich, oder 15.3 aufsetzen. Aber wichtig für uns ist jetzt erstmal, dass wir in der Range bleiben. Natürlich bei Einzelaktien sind ganz andere Sachen möglich, aber wenn der DAX hier in dem Bereich bleibt, ist das für unser Produkt das Optimum. Noch mal ein Blick, 15.511, alles in Ordnung. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, bis morgen, tschüss.